Vielleicht können wir jetzt mit den sechs Wurten in den Hafen nach unterm Gaul. Hey Puppe, kommst du öfter her? Bitte was? Hey Puppe, kommst du öfter her? Soll das lustig sein? Erst verschleppst du mich und dann kommst du mit sowas? Ist dir am Ende gar nicht aufgefallen, dass ich wirklich, wirklich wütend bin? Äh, hey Puppe, kommst du öfter her? Autsch. Wow, keine Schlägereien in meiner Bar. Es mag ein Treffpunkt für den übelsten Abschaum sein, aber es gibt immer noch Regeln. Er hat angefangen. Ich hab nichts gemacht. Da hat er recht. Es ist kein Verbrechen, wie ein Idiot rumzulaufen. Aber sich wie ein Idiot zu verhalten vielleicht? Hey, hab ich gesagt. Du hast Glück, dass ich keine Frauen schlage. Kannst du es ja mal versuchen. Vielleicht fange ich damit an, dir den Hintern zu versohlen. Wenn du scharf ab einen gebrochenen Kiefer bist. Wow, wow, wow. Hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt klären wir unsere Streitigkeiten auf zivilisierte Art. Es gibt nur ein Mittel, um euch Streithähne wieder auf Spur zu bringen. Schnabelt hier, Bataka. Schnabelt hier, Bataka. Ach du Schande. Es ist an! Ähm, ja. Minispiel. Acht Schande. Fight. Ähm. Too bad. And verrate. Powered move. Ähm, was? Oh! Don't shield your balls. Hey, me, me. Was ist denn? Was ist denn? Ah, okay, ich muss gut gehen. Wo sind die nicht hin? Achtung. Äh, was? Das heißt noch gar nichts. Ich wollte sie ja gewinnen lassen. Aber es kann auch nicht schaden, meine berüchtigten Rufus-Reflexe zu trainieren. Ja, das wäre nicht schlecht. Ähm, Trainingspuppe. Was für eine hässliche Trainingspuppe. Es wird mir eine Freude sein, sie mal ordentlich aufzumischen. Nicht, dass ich das Training brauche. Na gut, feinmal kann ich es ja probieren. Äh, was? Das war Absicht. Ich wollte ihn auch mal gewinnen lassen. Ey, was? Das war Absicht. Ich wollte ihn auch mal gewinnen lassen. Ja, natürlich. Was? Was machen wir hier? Das war, ich wollte ihn auch mal... Verstehe nicht ganz. Das war Absicht. Ich wollte ihn auch... Hm. Okay. Das war Absicht. Das war Absicht. Ich wollte ihn auch... Hä? tengan. Verstehe nicht ganz... Verstehe nicht ganz... Verstehe nicht ganz. Ah, was? Das war Absicht. Ich wollte ihn auch mal gewinnen lassen. Den Bot. Das war Absicht. Ich wollte ihn auch... Versteh nicht. Aha. Ah, okay. Verstehe. Wir müssen die Reihenfolge machen. Wie bei diesem Spiel Simons. Sehr gut. Okay, hab's verstanden. Okay. Was bei Gold genauso funktioniert. Zum Kampf. Verstehe. Simon hieß das Spiel, glaube ich, wo man hier dieser Farbweinfolge sich merken müsste. So, Krawall verholen. Auf geht's. Die nützt kein Krawall. Ich mach dich wirklich. Vor allem... ...Sophos. So. Dann schauen wir mal. Let's get ready for another violent round. Schlarmlechte. Fall. Dann kommen wir zum Beispiel konzentrieren. Ähm... Beine. Äh... Beine. Nice. Okay. Beine. Angreifen. Ah, verdammt. So ein Mist. Verdammt. Das heißt noch gar nichts. Ich wollte sie ja gewinnen lassen. Aber es kann auch nicht schaden, meine berüchtigten Rufus-Reflexe zu trainieren. Äh, Zukunft. Wir müssen ja ausfüllen, wo sie angehebt. Ja, ja. Fällt. So, hier, Torso. Sehr gut. Ah, verdammt. Und zack. Sehr gut. Kopf. Und zack, Kopf. Und... Beiner. Und jetzt... Beiner. Das hat noch nichts gemacht. Und... Torso. Nice. Äh, ja. Torso. Und jetzt, Torso. Beiner. Äh, Beiner. Okay, das bringt noch nicht so viel. Aber wir haben auch nichts verloren. Ähm, Kopf. Ah, Beiner. Beiner. Na, komm. Das war daneben. Na, komm. Sehr gut. Ist ja schon ein bisschen was verloren. So. So. So, nix. Kopf. Und... Beiner. Sehr gut. Das hat sich vernetzt. Na, komm. Und jetzt, Beiner. Und jetzt, Beiner. Kopf. Oh. So nice. Aufhärmend. Ja, hier. Und jetzt, Beiner. Verdammt. Musst reagieren. Und jetzt lehrt sich wieder auf von mir. Kopf. Verdammt. Lehrt sich wieder auf. Und jetzt Kopf. Verdammt. Beine. Und Kopf. Nice. Rage-Mode. Na komm. Beine. Und jetzt. Kopf. Verdammt. Nein. Nein. Verdammt. Ich hatte es doch schon fast. Verstehe ich schon, wie das läuft. Ah. Okay. Das heißt noch. Na komm, das mache ich jetzt noch. Aber es kann auch. Na komm zum Kampf. Wir müssen uns konzentrieren. Wir müssen ein bisschen mehr zuzummen und zeigen. Ja, ja, ja. Auch zu nahe. So, fight. So, fight. So, konzentration. Torso. Verteidigen. Und angreifen. Kopf. Würde es sagen. Nice. Torso. Und Kopf. Verdammt. Beine. Und Tozo. Nice. Tozo. Und bei ihr Kopf. Verdammt. Tozo raus. Ja. Reaktionszeit. Kopf. Verdammt. Und bei ihr jetzt Tozo. Nice. Muss nur lange durchhalten und sie dann an den richtigen Stellen halten. Sehr gut. Beine. Und unten. Verdammt. Tozo. Und Tozo. Verdammt. Beine. Komm. Das ist ja nice. Wir dürfen uns nicht treffen lassen. Wir dürfen uns nicht treffen lassen und sie ihn mal treffen. Beine. Nein. Es lädt sich wieder auf. Nein. Na komm. Was denn? Du musst schnell reagieren am Ende. Ach komm schon. Alle guten Dinge sind es drei. So. Na komm. Na komm. Kopf. Reaktionsvermögen ist nicht meine Stärke. Kopf. Das war der Tozo. Beine. Torso. Nice. Erster Treffer. Kopf. Sie zeigt uns auch, wo sie ihn trifft. Torso. Verdammt. Beine. Beine. Nein. Verdammt. Beine. Nein. Verdammt. Beine. Nein. Verdammt. Kopf. Äh. Kopf. Verdammt. Da bin ich noch nicht so gut. Ja. Tausend. Nice. Äh. Kopf. Verdammt. Und. Ja ey. So. Gleich haben wir es. Na komm. Zum Schluss müssen wir noch ein bisschen. Reagieren. Zum Schluss wird es eng. Ja. Noch einmal. Beine. Jetzt wird es knappig. Schnell reagieren. Nein. Nein. Voll. Kacke. Ich muss halten. Ich muss wieder angriffen. Darf ich jetzt mal wieder? Na komm. Nice. Weitschmunt. Mach Platz. Oh. Oha. Besiegter Kampf. Das hat Spaß gemacht. Am Ende bist du doch nicht der kleine Idiot, für den ich dich gehalten habe. Tja. Meine wahre Größe bleibt den meisten verborgen. Jetzt muss ich nur noch dein letztes alter Ego überzeugen. Um ehrlich zu sein, fand ich dich von Anfang an sympathisch. Du bist wie Cletus. Nur ohne diese ganzen Allüren und dieses fehlgeleitete Überlegenheitsgefühl. Stimmt. Ich bin super lässig. Und du hast so eine gewisse Verkommenheit, die auf Frauen sehr anziehend wirkt. Ja. Danke. Ich bleibe am besten hier, bis du die anderen beiden überzeugt hast. Die letzte meinst du? Ich muss gestehen, dass ich ein bisschen eifersüchtig bin. Ganz schön schräg. Irgendwie. Da bleibt ja nur noch Babygore. Den und Ben haben wir auch schon überzeugt. Das wird das Schwierigste. Habe ich was verpasst? Nicht wirklich. Wie schön. Na dann. Ich mache eine kleine Aufnahmepause. Ja. Wir sehen uns. Wenn ich Babygore in der nächsten Aufnahme versuche zu überzeugen. Bis dahin. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020